Hallo, hier ist wieder Peter mit einem Video mit dem Modster Truggy. Ich bin wieder hier in meinem Waldstück, wo es schöne Sprünge gibt. Und wir machen mal ein paar Sprünge, ein paar große, ein paar kleine. Mal sehen, das letzte Mal habe ich hier ein paar Teile verloren. Und wir sehen, ob ich heute wieder ein paar Teile verliere. Na, da ist ein Aschstück hinweg. Mal sehen, wie er sich macht. Wir fahren wieder 2S, ein 3200er Lipo. Den originalen, der dabei war. Das Gelände hier ist nicht so für einen Truggy, aber trotzdem. Es macht richtig Spaß mit ihm. Hopp! Wir hatten was zwischen den. Ich muss sagen, die hinteren Stoßdämpfer sind richtig gut. Ich muss sagen, das macht richtig Spaß mit ihm zu hüpfen. Was wollen? Nö, der Sonne ist aus. Es gefällt mir, wie man mit dem Truggy arbeiten kann. Ja, das Aschstück ist... ...bisschen im Weg, aber ja. ...bisschen im Weg... ...bisschen im Weg. Es macht wirklich, wenn man sich schmerzt. Das ist gelendet. Hab ich gesagt, was ist nicht? schöner sprung doch es geht auch mit bisschen kraft ja auch wenn ich das gelandet hätte daraus kommt mein trage nicht mehr ouch direkt hin direkt in das stück das war eine böse landung da hätte man wie die plastik gearbeitet hat und ich glaube ich glaube da haben wir was gebrochen glaube ich weil wir haben sogar rausgerissen das wusste ich schon aber nö, haben es nur rausgerissen ich versuche mal das zu reparieren und dann sehen wir mal weiter bis es mit dem Trage weiter läuft dann bis gleich so die Reparatur war hervorgleich das war vielleicht ein Minuten Job und wir können schon weiter gehen und weiter Sprünge machen das ist ein richtiger Flitzer ja ja bueno ein salto ja 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 e volte e volte e volte aber ja ein bisschen staupischen noch ein bisschen na ja Peter man fährt doch nicht gegen einen Baum und ich glaube na er steckt nichts fest ui ups ups ja 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 Ich habe den Winkel der Reifen angepasst und haue die Spur. So, das jetzt fährt er ziemlich gerade, auch bei voller Beschleunigung. Das macht richtig Spaß Jungs und Mädels. Oh, yep. Fogel salto. Ich glaube mit dem Standard-Lipo, den ja auch dabei ist, bekommt er so ein, ouch, 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 ja, da kommst du sicher nicht mehr raus. Man landet ja schön. Ja, aber er landet ziemlich schön, muss ich sagen. Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, wenn ihr ein paar Videos, schön, vorwärts flip, wenn ihr ein paar Videos mit den X-Maxx haben wollt auf Deutsch, bitte kommentieren. Ich mache sie lieben gern, dann weiß ich was ihr wollt. Wenn nicht, dann mache ich die wieder aus mit dem Trage auf Deutsch und die wieder aus mit dem X-Maxx auf Englisch. Ich glaube, ja, das ist das. Der Akku wird sich gleich verabschieden. Also, danke fürs Zuschauen. Ja, ja, man sieht's. Und aus der Maus. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, liken die Videos, bitte kommentieren, was ihr haben wollt. Damit ich weiß, ob euch das, was ich mache, gefällt oder auch nicht. Also, natürlich Geschmäcker sind verschieden. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peter sagt Ciao. Tschüss. Tschüss.